Für die kleinen Würfe sollten lieber Kopfhör sein, da sie sehr klein sind. Zwischen mit einem, wieder die Verlängerung hier. Einer Keule, da. Versuchen den Arm zu strecken und wieder vorne zu fangen. Strecken, fangen. Ganz klein. Strecken, fangen. Strecken, fangen. Immer den Finger hier drauf. Links. Ich gehe noch gleichzeitig mit beiden. Und immer wieder in den kleinen Kopf fallen lassen. Also nicht nur hier fangen, sondern immer reinfallen lassen. Und parallel werden. Parallel, nicht nacheinander. Das kann man natürlich nacheinander machen. Zum Beispiel eins, zwei. Eins, zwei. Ich gleich gehe noch vorwärts. Aber auch mit dem Zeigefinger drauf. Und von hier. Da. Von hier einmal hoch. Da muss man praktisch einmal so hochstoßen. Stoßen und fangen. Und hier fangen und wieder rein fallen lassen. Stoßen, nochmal nacheinander. Links. Ich gehe noch gleichzeitig wieder. Da. Da. Noch mal. Bei den Vorwürfen müsst ihr darauf achten, dass ihr den Finger so haltet. Aber wenn ihr die Keule abwirft, müsst ihr praktisch über den Finger einmal drüber. Also hier einmal drüber. Da. Jetzt geht natürlich auch nacheinander. Oder zurück. Oder ein Vor-Ein-Zurück. Ein Vor-Ein-Zurück. Ein Gleichzeitig. Vor-Zurück. Vor-Ein-Zurück. Oder doppelt geht es auch. Doppelt in der Luft. Also. Eins, zwei. Fang. Eins. Zwei. 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 Zum Beispiel. Zwei. Zwei. Untertitelung des ZDF, 2020